So, wie ihr an der Kamera seht, äh, an der Falle seht, habe ich hier ein Problem mit Wühlmäusen und ich hoffe mal, dass ich, das ist das Geräusch von dem Teil, dass ich damit jetzt in den Griff kriege. Zumindest alles, was ein bisschen hilft, ist schon mal hilfreich. Ich melde mich dann später, ob es was gebracht hat.